Herzschmerz in der Luft Hat die Liebe von Estefania Woyni und ihrem Freund Ali eine Zukunft? Diese Frage beschäftigt uns alle. Estefania bricht alle Rekorde als gefragte Sängerin, erobert die Bühnen und sogar den Fernsehgarten. Aber dieser Glanz hat auch seine Schattenseiten. Denn da ist Ali, ihr Herzensmann, der in der Türkei auf sie wartet. Ihre Liebe überwindet Entfernungen und Zeit, seit über drei Jahren sind sie ein Dream-Team, doch erst vor kurzem gaben sie ihre Liebe offiziell bekannt. Estefania verrät, ich habe es geheim gehalten, um sicher zu sein, dass es echt ist. Wo wird uns dieser Weg hinführen? Aber jetzt wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt. Estefania jongliert zwischen Studioaufnahmen und Konzerträumen in Deutschland, während Ali in der Türkei verweilt. Eine Fernbeziehung, die stark ist, aber auch ihre Tränen kostet. Doch wie geht Estefania damit um? Die Antwort gibt's in der offiziellen Pressemitteilung von RTL 2. Und das ist noch nicht alles, was bei den Wollnüs los ist. Babynüs bei Lavinia und Sarafina Silvia plant ihren eigenen Laden in der Türkei und Servet hat einen ultimativen Plan, ein romantischer Heiratsantrag steht bevor. Die Wollnüs sind wieder da, größer und schriller als je zuvor. Verpasst nicht die neue Staffel von Die Wollnüs, eine schrecklich große Familie. Ab dem 13. September wird gelacht, geweint und mitgefiebert auf RTL 2. Lasst uns gemeinsam eintauchen in das turbulente Leben dieser einzigartigen Familie. Die Wollnüs mit dem 14. September wird gelacht,